Die Transparente entrissen und jetzt geht es auch schon los. Die erste Person wird hier nicht sehr behutsam von der Straße getragen, hier überhaupt an einem Arm gezogen. Das kann natürlich auch gesundheitliche Folgen haben. Wir alle kennen das. Ein Arm ist sehr, sehr schnell ausgekegelt. Und hier also wird dieser Aktivist unter starkem Protest von der Straße gezogen und ein Lkw, der jetzt vielleicht bei zu schnellem Handeln wieder der Aktivisten auch sehr, sehr gefährlich werden kann. Man hat kein Verständnis mehr. Viele haben zumindest kein Verständnis mehr. Hier hätte es auch sehr schlimme Szenen geben können. Es hätte ganz, ganz anders ausgehen können. Hier also heute Morgen am Wiener Verteilerkreis im 10. Bezirk. Und die Exekutive, muss man sagen, hier noch nicht vor Ort. Und dementsprechend versuchen jetzt viele Autofahrer zur Selbstjustiz zu greifen.